So, willkommen zurück hier im Stream. Heute gibt es wieder AM2R Return of Samos. So, wir waren bei 3 Stunden 33 Minuten. Schön. Sehr, sehr schön. So, und ich habe beim Rendern des letzten Streams gesehen. Dass ich hier tatsächlich schon rankomme. Auch wenn es jetzt Schaden macht. Und das andere Item hier drüben, das kriege ich auch. Das war... Trainspike, glaube ich. Weiß nur nicht. Ich glaube nicht ab hier. Sondern ab. Oder? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr mehr. Ähm. Ja doch, es war. Ich habe schon mal erwähnt, dass wir die Viecher hier auf den Piss gehen. Muss ab hier gewesen sein eigentlich. Ja, Ex-Tilia. Hallöchen. Du siehst im ersten Mal schon, Tina. Da wird es aber auch Zeit. Ähm. Tino, der Spenden-Button ist zur Zeit inaktiv. Den hatte ich ausgeschaltet. Ich habe jetzt auch Home-Stream nicht wieder eingeschaltet. Ähm. Ich muss erst mal gucken, weil ich die Spenden eigentlich umstellen wollte. Weil ich eigentlich weg wollte von Streamlabs. Äh. Ähm. Äh. 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 Ähm. Die Lava laufen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das war mir jetzt eigentlich schon fast klar. da eine güte muss ich nur noch zurückkommen ohne zu verwecken hier jetzt lasst mich doch mal ruhig hier meine güte kein bock ja alles abzuschießen jetzt so ja was heißt probleme es gibt halt schlimmeres gibt halt schlimmere stellen hier so gut sehr schön ja das ist mir erst beim rennen aufgefallen wo ich den letzten stream dann geschnitten habe dass ich an die item sei nicht ganz easy ran kam ich glaube hier gibt es nichts da jetzt geht auch mal der hoch okay eine powerbombentür so Oh, yep. Also, ich weiß echt nicht, ob das ein Bug ist oder ob das irgendwie so gewollt ist. In dem Spiel, dass Samos an bestimmten Stellen einfach nicht in den nächsten Bildschirm springt. Was bist du von mir? Geh weg. Oh, Moment. Alter, Anself, da rennst du mit dem ganzen Bildschirm. Geh weg. So. Ah ja. Ja gut, ich hätte ja notfalls noch zurückgekonnt. Na, das wäre ja nicht das Thema gewesen. Kann man ja relativ easy bei AM2R. Am2R. So, was haben wir hier? Ja genau, wir brauchen wirklich immer das Licht anmachen. So, ganz im Ernst mal. So, da haben wir einen nice energy tank. Jugo Gang ist ein Doof. Ja, ich hatte das, ich weiß gar nicht in welcher Area das war. Wo ich das erste Mal, wo ich so dachte, so what the hell. Oh. 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 Ja hin. Oh, vielleicht? Nee. Äh. So, nöt. Merde. Oh, nicht. Eh? Die Powerbomb ist hilfreich, ja? Das ist allerdings wahr. Ah, Moment. Nehmen wir doch diesen Weg. Na, girl? So, sehr schön. So. Eh. Gut. Geht also, das hätten wir hier alles. Welp. So. Da unten ist ein Item, okay. Okay. Oh, was? So. Ah, ja. Diese Ficha. Oh, ja. So, wir haben hier noch. Oh. Noch irgendwas hier oben. Oh, was müsste ich das gewissene, bin ich selbst noch on. Falls du da noch da bist, ready, ich rüber. Alles klar, meinte. Kein Thema. Oh. Oh. Day. Das sieht mir doch stark nach nem... metroid aus ich wollte gerade sagen stirb so gibt es hier noch was ok noch fünf medroids ich sage mit controller ja ich wollte eigentlich erst mein ps4 controller nehmen aber dann festgestellt dass ich mit dem playstation 4 controller nicht mit euer kreuz spielen können ich habe eine knoll an heißen die meisten empfindungsfähigen völker der föderation betrachten die ausgestorbenen harmonischen chozo mit äußerster achtung und als ein beispiel dafür dass jede zivilisation die in gewalt ertrinkt anstreben sollte der turm den ich gescannt habe und eine waffenfabrik ist was ach so der turm den ich gescannt habe und eine waffenfabrik ist stellt diese sichtweise etwas in frage dennoch bin ich positiv gott wie dann geht das hier ja das glaube ich auch nicht so wichtig ja also ist es ließ sich zwar mit dem analog stick spielen beim ps4 controller aber die steuerung war so fummelig mit dem stick wo ich mir so gedacht habe ich dachte alter was ist das denn so die tür ist zu das haben wir hier warum brichst denn du warum brichst du den spin jump ab bitte 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 hmm ich kann sagen das wäre auch geil wenn du mal nach oben ziehst wenn ich nach unten worte fachsamus Oh, ich werde vielleicht nicht unbedingt mit den Supermessels hier rumbauern. So. Au. Erstmal. Aber hier komme ich wieder unten raus, ne? Genau. Ja, ja. Matze hat mir schon seine Wünsche geschickt. Also, ich sage es mal so, ich habe, wenn ich über Weihnachten meine zweieinhalb Wochen Urlaub habe, habe ich gut zu tun. Auf jeden Fall. Da habe ich gut zu tun. Es sieht mir daraus, als kommt hier ein Metroid. Oh mein Gott, ein Dino-Metroid. Dino-Metroid. Ous. Halt. Uuh. Alter, ist da schnell. Au. Oh, shit. Okay, das war's mit den Super Missiles. Au! Oh, okay. Okay.